Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute geht es um das Aktualisieren von Debian 10 auf Debian 11. Das habe ich bei verschiedenen Systemen schon mal durchgeführt und darum habe ich so ein paar Erfahrungswerte da mitgesammelt. Dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen und ihr bekommt von mir auch eine Anleitung, wie ihr das Aktualisieren vornehmt. Zuvor noch meine Selbstbeweihräucherungsseite, drückt einfach auf Pause und guckt euch das genau an. Wichtig für diese Folge ist quasi, dass ich das Ganze mit dem Aktualisieren schon gemacht habe bei diversen Debian und Raspberry Pi OS Servern. Bevor man mit dem Aktualisieren wirklich loslegt, hier noch ein paar Hinweise. Bei jedem einzelnen Schritt solltet ihr wirklich gucken, ob das funktioniert hat. Wenn es Fehlermeldungen gegeben haben sollte, achtet wirklich drauf, lest es durch, versteht es und handelt entsprechend. Wenn ihr jetzt Konfigurationsdateien per Hand geändert haben solltet an eurem System, die in Debian-Paketen drin sind, dann werdet ihr gefragt, ob ihr jetzt diese Konfigurationsdatei in der Version, die schon da ist, beibehalten möchtet oder ob ihr jetzt die neue Version aus dem Debian-Paket installieren möchtet. Guckt da ganz genau auf Unterschiede dabei. Das können ja kleine Unterschiede sein, die keine große Auswirkungen haben. Aber wenn ihr jetzt eine Konfiguration gebaut habt, die jetzt vorher System genau richtig ist, die so ein bisschen umfangreicher ist, würdet ihr diese Änderung verlieren, indem ihr die neue Version aus dem Debian-Paket installiert. Also guckt genau da drauf. Es gibt so ein integriertes DIV-Programm dafür. Also lieber vorher schauen, bevor was kaputt geht. Ähnlich ist es auch bei den Change Logs. Dort bekommt ihr so eine Auflistung mit verschiedenen Änderungen an einigen Paketen. Das solltet ihr auch lesen. Dann werdet ihr mit Debt-Fragen konfrontiert werden. Das sind die Konfigurationsdialoge, die einige Pakete mitbringen. Und dort müsst ihr halt eben entsprechend diese Fragen beantworten. Am Ende räume ich das Ganze auch immer gerne noch ein bisschen auf, damit so Altlasten, die vielleicht im Zuge von irgendwelchen Paketen mitinstalliert wurden, die jetzt nicht mehr gebraucht werden, auch wieder wegkommen. Das kann allerdings sein, dass dabei auch Dinge entfernt würden, die ihr vielleicht doch noch gerne haben wolltet. Also guckt wirklich nochmal genau nach in dieser Liste, die euch apt-get-auto-remove vorschlägt, mit den Paketen, die es entfernen würde. Sollten da Dinge mit bei sein, die ihr doch noch braucht, dann markiert ihr die einzeln mit apt-get-install und dann eben die Paketnamen, die ihr noch gerne hättet, jeweils mit Leerzeichen getrennt. Bevor ihr jetzt mit der Aktualisierung auf das neue System beginnt, aktualisiert ihr jetzt ein letztes Mal eure alte Debian-Version. Das funktioniert einmal mit apt-get-update. Damit holt ihr vom Internet, von den Debian-Servern, die Informationen über neue Pakete herunter und mit dem apt-get-dist-upgrade installiert ihr das ganze System nochmal mit den aktualisierten Paketen. Also alles, was schon installiert ist, wird nochmal aktualisiert und dann können wir auch weitermachen. Jetzt geht es eben an das Ändern der Version. Jede Debian-Version hat so einen Codenamen. Debian 10 heißt Buster, Debian 11 heißt Bullseye. Wenn ihr das Ganze für Ubuntu macht, dann heißt sowas Altes vielleicht Trusty und ihr aktualisiert auf Focal. Ich habe bei einigen Systemen so eine Mischung gehabt, wo ich zwar ein Debian 10 als Basis gehabt habe, aber mir PPAs aus Ubuntu noch dazugeholt habe. Also muss ich in meinen Paketquellen-Listen-Dateien auch die Umstellung von Buster auf Bullseye und von Trusty auf Focal machen, damit das alles funktioniert. Ich habe das Ganze automatisiert mit diesem SED, das ist der Streaming Editor. Der editiert mir die Sources-List und alle Dateien, die sich unter Sources-List.de befinden und wechselt dort jeweils die Codenamen aus. Zuvor sind wir in das Verzeichnis ETCAPT gewechselt, wo diese ganzen Paketquellen-Listen-Dateien gespeichert sind. Unter Debian selbst und eben nicht unter dem Raspberry Pi OS müssen wir noch ein paar andere Sachen umstellen. Bei Debian wurden ja Server umbenannt, sodass zum Beispiel die Sicherheitsupdates jetzt von einem anderen Server kommen. Also alle Security-Server werden gelöscht erstmal aus der Datei und dafür wird der neue Server eingetragen. Dann wurde auch noch umgestellt, dass jetzt der Zugriff auf die Paketserver nicht mehr über HTTP, sondern verschlüsselt über HTTPS stattfindet. Und die letzte Zeile editiert jetzt auch noch eventuell Spiegel-Server, die ihr eingebunden habt, auf den neuen Debian.org-Server. Da hat sich auch insofern noch ein bisschen was getan. Da ist jetzt so eine Struktur hinter, wo irgendwie so Lastverteilung mitgemacht wird. Also das funktioniert so ganz gut. Da braucht ihr jetzt nicht mehr unbedingt einen extra Mirror auszuwählen. Nachdem wir jetzt diese Listen-Dateien editiert haben, können wir uns jetzt wiederum die Informationen über neue, verfügbare Pakete herunterladen. Jetzt aber für die neue Version. Sollte das jetzt nicht funktionieren, weil so eine Fehlermeldung auftaucht, kann das Ganze vielleicht funktionieren, indem ihr apt-get-update-alow-release-info-change macht. Dann sollte es aber auch wirklich funktionieren. Wenn das nicht funktionieren sollte, müsst ihr eure Paket-Quellen-Listen-Dateien wirklich nochmal durchgucken, ob da irgendwas eingetragen ist, was nicht funktioniert. Danach macht ihr ein Upgrade. apt-get-upgrade aktualisiert vorhandene Pakete, darf aber keine Pakete hinzufügen. Und wenn das durchgelaufen ist, dann macht ihr noch ein apt-get-dist-upgrade. Das ist die Variante, die auch noch neue Pakete hinzu installieren darf. Also wenn jetzt ein Paket neue Pakete hinzu braucht, damit es halt funktioniert, weil sich die Abhängigkeiten geändert haben, dann habt ihr das mit dem Dist-Upgrade auch installiert. Und bei jedem einzelnen Schritt wiederum, guckt wirklich auf Fehlermeldungen, versuchen zu verstehen, im 2.2 im Internet mit einer Suchmaschine nochmal nachgucken, an welcher Stelle es hakt. Und dann halt wiederholen, bis wir halt soweit sind und das alles funktioniert. Hinterher, wenn das alles funktioniert hat, apt-get-auto-remove, entfernt eben alte Pakete. Und danach können wir eben auch diese Debian-Paket-Installationsdateien auch löschen. Die Software wurde ja schon installiert und die Debian-Paket-Dateien, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die brauchen einfach bloß Platz auf der Festplatte oder SSD und die können wir mit dem apt-get-clean auch entfernen. Wenn das alles soweit für euch funktioniert hat und hinterher alles läuft, dann seid ihr wirklich fein mit raus. Aber wenn ihr jetzt irgendwelche Serverdienste betreibt, solltet ihr auch hinterher überprüfen, ob das Ganze funktioniert. Bei meinen Aktualisierungen und Tests habe ich verschiedene Problemfälle gehabt. Also ich habe hier zum Beispiel ein Media-Wiki gehabt. Dort hat sich die Konfiguration geändert. Dort musste ich in der Datei etc-media-wiki-local-settings.php noch eine zusätzliche Variable, die in der neuen Version gebraucht wird, aber in der alten halt nicht noch einfügen. Es steht zwar kein Inhalt drin, aber es wurde halt gebraucht. Und die Datenbank musste ich halt mit diesem Update-Skript eben auch noch migrieren auf das neue Format. Kein großes Ding, findet man auch relativ schnell raus, wenn man sich die Fehlermeldungen anguckt. Und auf der Media-Wiki-Seite ist das Ganze auch irgendwo dokumentiert. Aber man muss diese Fehlermeldungen halt lesen, die richtigen Schlüssel ziehen und dann einfach mal im Internet danach gucken. Und schon geht es einfach weiter. Dann hatte ich, ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat, fehlendes PHP. Es war ein Webserver, wo ein PHP 7.3 drauf war. Und eigentlich hätte ich jetzt erwartet, wenn ich das Debian aktualisiere, auf das Debian 11, dass ich halt das PHP 7.4 bekomme. Ja, aber hat da irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Einzelfall war, denn es wurde einfach bloß PHP deinstalliert. Als ich dann versucht habe, meine Testseite aufzurufen, da wurde ich dann mit dem PHP-Quelltext und nicht mit der gerenderten Seite begrüßt. Also musste ich jetzt diese PHP-Pakete einfach per Hand nachinstallieren. Ich habe halt geguckt, welche Pakete halt vorher drauf gewesen sind. Habe jedes Mal aus dem PHP 7.3, 7.4 gemacht, habe das installiert und schon lief das Ganze wieder, nachdem ich den Apache einmal neu gestartet habe. Tja, keine Ahnung, warum das so war, aber war irgendwie, ja, war irgendwie so. Ließ sich leicht beheben, aber hat nicht automatisch funktioniert. Dann habe ich bei dem Raspberry Pi OS, das gucken wir uns nachher noch mal genauer an, da hatte ich auf dem einen System, ja, Pakete ohne Inhalt. Also es gibt so eine Paketdatenbank unter Debian und dem Raspberry Pi OS, wo vermerkt ist, welche Dateien und Verzeichnisse zu welchem Paket gehören. Und dort hatte ich komischerweise Pakete, die zwar als installiert markiert waren, aber die hatten eben keine Dateien dabei. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Aber das ließ sich eben beheben, indem ich diese Pakete einfach nochmal neu installiert habe. Das habe ich eben mit apt-get install, minus minus reinstall und dann die Liste von diesen drei Paketen gemacht. Und dann war das wieder auf dem sauberen Stand. Jo. Dann nächster Problemfall. MKSH. Das ist, ja, so eine Shell. Da war auch irgendwas kaputt. Also es kann auch sein, dass diese SD-Karte da irgendwie einen Fehler hatte, dass es wirklich daran gelegen hat und dass sowas normalerweise nicht vorkommt. Aber ich wollte das eben nochmal hier zeigen, mit wie ich das letztendlich behoben habe. Und dann, ja, wenn ihr in ähnliche Situationen kommt, dann könnt ihr vielleicht was daraus lernen und das leichter umsetzen. Also das Paket MKSH ließ sich nicht aktualisieren und auch nicht entfernen. Und nachdem ich mit so einem Trick das doch entfernt gekriegt habe, wurde es mir nach einem apt-get-dist-upgrade wieder neu installiert und dann war es halt wieder kaputt. Keine Ahnung, wie es dazu kommt. Vielleicht kriege ich das gleich nochmal so nachgestellt und dann eben auch mit der Variante, wie ich das Ganze gelöst habe. Der Fehler trat nämlich auf bei diesem pre-rm. das ist ein Skript, was vor dem Entfernen des Paketes ausgeführt wird. Und dieses Skript hat jedes Mal einen Fehler geworfen, sodass sich das Paket nachher nicht entfernen ließ. Wenn ich jetzt in dieses Skript einfach reinschreibe, exit 0, beendet sich das Skript halt quasi sofort und gibt den Fehlerwert 0 zurück. Und der Fehlerwert 0 heißt, es hat alles funktioniert. Danach kann ich das Paket mit apt-get-remove minus minus purge mksh komplett entfernen. Das minus minus purge, das sorgt dafür, dass auch die Konfigurationsdateien entfernt werden. Und damit ich das Paket auch nicht wieder sehe, sorge ich durch Pinning dafür, dass das Paket so eine niedrige Priorität hat, dass es nie mehr wieder installiert wird. Unter etc.apt-preferences.d- und dann wie meine Datei für diese Regel heißen soll. Und mit Package-Doppelpunkt mksh sage ich, diese Regel gilt nur für das Paket mksh. Und dann habe ich mit Release O gleich Sternchen. Es gilt für alle Versionen von dem Debian beziehungsweise von dem Raspberry Pi OS. Und die Pin Priority minus 100, die sorgt dafür, dass es halt niemals installiert wird, weil die Priorität so niedrig ist. Ja, genau. Das wäre es soweit. Erstmal zu den Folien. So, ich bin jetzt auf einem Raspberry Pi OS in der Variante 10. Ich hole mir jetzt noch einmal die Informationen über die Pakete für meine Variante 10 und dann werde ich das ganze System dagegen noch einmal aktualisieren. Ja, jetzt werden eventuell neue Pakete nochmal runtergeladen. Es gibt keine, weil das System sowieso automatisch aktualisiert wird. Wenn da jetzt noch Aktualisierungen sein sollten, würde ich gefragt werden, ja, soll das jetzt gemacht werden? Dann würde ich sagen, ja, machen. Und ja, dann läuft das halt durch und installiert die Pakete. Dann als nächstes mache ich die Umstellung. Also ich gehe einmal unter etc.abt und dann wechsle ich meine Versionsnummer, indem ich aus jedem Buster ein Bullseye mache und aus einem Trusty ein Vogel. Das können wir einfach ignorieren. Dann als nächstes hole ich mir wiederum und die Informationen über die Pakete jetzt vom Typ hier Bullseye und auch da. Das dauert jetzt ein bisschen länger, diese Listen zu aktualisieren, weil da sich jetzt wirklich was getan hat. Da das jetzt auch ohne irgendwelche sichtbaren Fehlermeldungen funktioniert hat, kann ich jetzt weitermachen mit dem Upgrade. Das lädt jetzt wirklich Pakete herunter. Eine ganze Menge sogar. Oder naja, was heißt eine Menge? Also 277 Pakete werden jetzt in diesem Schritt einmal aktualisiert. 110 MB werden heruntergeladen und das Ganze braucht zusätzlich 78 MB. Und möchte ich fortfahren? Ja, natürlich möchte ich das. Und jetzt werden die einzelnen Pakete heruntergeladen und dann Stück für Stück nachher installiert und die Software halt aktualisiert. Die Pakete sind jetzt gleich runtergeladen. Noch ein paar Sekunden. Zum Ende dauert es immer ein bisschen länger. Kennt man ja. Und jetzt werden eben Dinge aus diesen Paketen entpackt. Und genau dort sind jetzt eben diese Fehlermeldungen, die ich meinte. Also die kommen jetzt wirklich nochmal. Da steht jetzt drin, Dateilisten, Datei des Paketes Bash fehlt. Und es wird angenommen, dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat. Ja, das sollte eigentlich so nicht sein. Da müssen wir denn nochmal diese Pakete neu installieren. Das ist jetzt wieder so ein Fall, wo ich gefragt werde. Also meine Konfigurationsdatei Bash RC unter ETC Scale habe ich per Hand editiert. Und ob ich jetzt hier die Version vom Paketbetreuer installieren möchte, also die Version direkt in dem Paket drin ist, oder ob ich meine eigene beibehalten möchte. Die Vorgabe ist immer N. Das bedeutet also, dass meine Momentan, also die von mir selbst editierte Variante, halt beibehalten wird. Das möchte ich in diesem Fall halt machen. Und diese Frage habe ich bei diesem System häufiger, da ich eine Menge halt umkonfiguriert habe und diese Konfiguration eben auch benutzen und weiter nutzen möchte. So, jetzt haben wir einen von diesen DEP-Conf-Dialogen. Also der Hintergrund ist blau unter Ubuntu wäre lila. Und dort werdet ihr halt gefragt, ob verschiedene Dienste jetzt neu gestartet werden sollen, ohne Rückfrage, wenn ihr diese neuen Pakete eingespielt habt. Da würde ich jetzt einfach Ja nehmen. Und dann werden die einzelnen Dienste jeweils neu gestartet. Und dann braucht ihr euch da drum nicht mehr zu kümmern. Ansonsten am Ende, ja, ein System neu starten und dann werden die auch neu gestartet. Aber jetzt im laufenden Betrieb werden die halt sofort neu gestartet, wenn was ausgewechselt wird. So, jetzt haben wir unseren ersten Fehlerfall. Der Unterprozess von dem DPKG hat einen Fehler, nämlich den Fehler Nummer 1 zurückgeliefert. Fehler 0 wäre gut, alles andere, was nicht 0 ist, ist wirklich ein Fehler. Ja, stoßen wir das Ganze nochmal an, um die Stelle ein bisschen genauer zu finden. Wo das jetzt war. Also da stand zwar Need Restart. An der Stelle hat das irgendwo geknallt, in, ja, mit einer Abhängigkeit. Aber mal gucken, ob wir es jetzt noch etwas genauer finden. Jetzt laufen noch ein paar andere Dinge weiter durch. Also dieser Installation und Upgrade, das ist halt auch nicht immer gleich von dem Ablauf her. Jetzt wird vielleicht was anderes vorgezogen, was sich noch einrichten lässt. Gucken wir einfach mal, wie weit das Ganze läuft. Ja, eine richtige Fehlermeldung gibt es jetzt nicht. Aber ich kann mir jetzt einmal angucken, was in dieser Bash Completion steht. Mit D lasse ich mir die Unterschiede zwischen der Container Version und meiner installierten Version einmal anzeigen. Und da kann ich jetzt halt sehen, wo am Anfang ein Minus steht. Diese Zeile wird entfernt. Und wenn ein Plus dort steht, dann wird diese Zeile hinzugefügt. Das sieht jetzt eigentlich nicht so aus, als ob das irgendwas wäre, was ich jetzt Pant angepasst habe. Jetzt kann ich mit Q diese Ansicht wieder beenden. Und jetzt sage ich einfach Y für ich möchte wirklich die Maintainer Version haben. Dann bin ich da auf neuesten Stand. So, das Nächste, die sudo-erst-Datei, die habe ich wirklich selbst bearbeitet. Also von daher, da bleibt bitte die alte Version drin. Da kann ich einfach Enter drücken, weil die Vorgabe eben schon N ist. Also die momentan installierte Version beibehalten. So, und da sind wir wieder, nachdem eine ganze Menge auch durchgelaufen ist. Und dann gucken wir nochmal genau nach. Jetzt schluss ich das nochmal an. Mal gucken, was sich da jetzt tut. Das ist jetzt so ein bisschen iterativ. Denn irgendwas ist an diesem System nicht mehr in Ordnung. Da steht zum Beispiel das Paket N-Curses-Term. Das ist in einem sehr schlechten, inkonsistenten Zustand. Mal gucken, ob ich jetzt, wenn ich das Ganze noch einmal installiere, ob ich da jetzt einen besseren Zustand rauskriege. Das mache ich, indem ich das Paket installiere über apt-get-install und das Ganze eben nochmal neu installiere über re-install. Wenn ich das jetzt weglassen würde, dann würde das Paket nicht installiert werden, denn es ist ja schon da. Aber durch das re-install, da werden jetzt die Dateien nochmal neu entpackt an die richtigen Stellen. Und dann gucken wir mal, ob es dann besser läuft. Das hat es jetzt eben auch noch nicht gebracht. Kann nicht auf sichere Weise entfernt werden. Dann gucken wir einfach mal, ob das überhaupt da ist. Jetzt entferne ich das einmal per Hand und stoße das eben nochmal an. Mal gucken. Und das lässt sich jetzt eben nicht nochmal installieren. Internal Error. Mal gucken, was ein normales Installieren bringt. Ja, das sieht schon mal irgendwie besser aus. Also das ist wieder sowas. Lesen, was dort steht. Mal ausprobieren. Und dann halt nochmal wieder anstoßen. Und jetzt habe ich wieder so einen Dialog hier, wo ich jetzt gefragt, welche Dienste ich neu starten möchte, weil sie noch alte Bibliotheken verwenden. Ich nehme jetzt einfach mal diese Vorgabe, die hier steht und sage OK. Dann haben wir schon so eine Klippe um Shift. Jetzt stoße ich das Upgrade wieder an und gucke, was als nächstes passiert. Und wir sind jetzt damit durch. Also dieser Punkt Upgrade ist schon abgearbeitet. Und dann habe ich nebenbei auch nochmal diese Liste mit Paketen, die keine Dateien enthalten, mir aus diesen Fehlermeldungen rausgezogen. Also Build Essentials, Add User, Bash und so weiter und so fort. Und die installiere ich jetzt eben auch noch einmal neu, damit diese Informationen richtig eingetragen sind. So, was wir jetzt als nächstes für ein Problem haben. Wir haben jetzt beschädigte Pakete. Dort steht eben, dass wir da nicht weitermachen können, weil jetzt Pakete zurückgehalten wurden. Das kann daran liegen, dass wir nur ein Upgrade gemacht haben, aber noch kein Dist-Upgrade. Das machen wir jetzt als nächstes. So, mit einem U reicht auch. Denn das Dist-Upgrade darf neue Pakete hinzu installieren, die es vorher halt nicht gab auf dem System, die aber gebraucht werden. So, das ist jetzt schon der nächste Schritt. Den habe ich jetzt einfach quasi schon mal vorgezogen, weil ich diese anderen Fehler im Moment nicht korrigieren kann, weil da eben steht, ja, aufgrund von Abhängigkeiten kann das noch nicht aufgelöst werden. Mal gucken, ob wir damit jetzt weiterkommen. So, eine ganze Menge ist halt schon durchgeflutscht. Das habe ich euch jetzt mal vorenthalten. War jetzt nicht so spannend. Ungefähr eine Stunde, ja, hat das bis jetzt so gedauert. mit, ja, plus minus 10 Minuten oder so. Keine Ahnung. Und jetzt sind wir bei dem MKSH-Paket und das Skript da drin, dieses Post-Installation-Skript, das hat nicht funktioniert. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Ich schmeiße das einfach nochmal an und mal gucken, ob sich da vielleicht doch noch was zurecht ruckelt. Ich glaube eher nicht, aber ein Versuch ist es natürlich wert. So, wir haben wiederum dasselbe Problem wie vorher. Und wenn ich jetzt versuche, das Paket einfach mal zu entfernen. Mal gucken, was dann passiert. Dann haben wir wiederum das Problem, dass das Pre-Removal-Skript in dem Paket auch nicht funktioniert. Also wir waren das ganze Paket überhaupt nicht mehr los. So, darum ein, ja, etwas unschöner Trick, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man es anders lösen kann. Ich schnappe mir da jetzt diese zwei Zeilen und schreibe einfach mal in dieses, ja, dieses Pre-Removal-Skript rein, dass es sich sofort beendet mit dem Exit 0. Und jetzt kann ich das wahrscheinlich wieder entfernen. Das hat funktioniert. Sonst hätte ich wiederum das Problem, was wir vorher halt hatten, mit lässt sich nicht deinstallieren, weil dieses Skript halt kaputt ist. So, im Moment ist es jetzt weg. Jetzt läuft die Aktualisierung weiter durch. Wenn ich jetzt spaßeshalber das Ganze noch mal anschmeiße, dann gucke ich noch mal hier, welche neuen Pakete installiert werden, ob ich da irgendwo das MKSH wiederum neu finde. Genau, jetzt ist es nämlich wieder mit dabei und dann wären wir wieder an derselben Stelle wie vorher. Das wäre irgendwie blöd. Damit uns das nicht passiert, lege ich mir so eine Pinning-Datei an. Was die macht, habe ich vorhin schon erklärt. Die setzt einfach die Priorität so runter, dass dieses MKSH-Paket niemals installiert wird. Wenn ich jetzt wiederum das Dist-Upgrade noch mal neu anstoße, dann haben wir hier da war es vorher dazwischen, ist jetzt nicht mehr. So, jetzt kann ich eben weitermachen, dass auch die letzten Pakete, die noch nicht komplett installiert wurden, jetzt noch mal durchinstalliert werden und dann sind wir auch hoffentlich demnächst durch. So, wieder ein bisschen später. Jetzt ist das auch durchgelaufen mit dem Dist-Upgrade und ich habe das jetzt sicherheitshalber noch mal angestoßen, um zu gucken hier, ob sich da noch was tut und ja, es gibt nichts mehr zu tun. Juhu! So, jetzt können wir hier mit apt-auto-remove Dinge entfernen. Da können wir einmal gucken, was sich da tun würde. Also, es ist letztendlich die Liste von hier oben. Das kann theoretisch weg. Meint jedenfalls apt. Also, keins von diesen Paketen wird jetzt noch durch ein anderes Paket benötigt und ich habe es eben auch nicht per Hand installiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses bsd-main-utils, wenn ich das haben wollte, dann könnte ich jetzt sagen apt-get install und installiere das quasi, aber es wird halt nicht nochmal installiert, sondern es wird im System bloß vermerkt, dass es eben benötigt wird, weil ich es eben jetzt per Hand installiert habe. Darum, oben würde es jetzt bei auto-remove noch entfernt werden und jetzt ist es eben aus dieser auto-remove-Liste auch entfernt. Also, es würde nicht mehr entfernt werden, weil es aus der Liste entfernt wird und ihr wisst schon. So, und wenn ich jetzt das mit dem auto-remove auch mache, gewinne ich dadurch 211 MB Platz. Jo. Das mache ich jetzt einfach mal und freue mich hinterher über meinen gewonnenen Platz auf der SD-Karte. Jetzt bin ich auch noch die Pakete los, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden und jetzt kann ich noch sagen apt-get clean und entferne auch noch die ganzen Debian-Paket-Dateien, aus denen die Software installiert wird, auch nochmal, denn ich habe eigentlich nicht vor, das Ganze nochmal zu installieren, also so ein Reinstall brauche ich jetzt im Moment nicht mehr und von daher bin ich denn auch fein davor. So, jetzt kann ich das System einmal neu starten und mal gucken, ob es wieder hochfährt. So, das hat nicht direkt funktioniert, also ich musste einen Monitor anschließen, eine Tastatur anschließen, musste noch ein Passwort setzen, weil ich anders nicht reingekommen wäre, super Spaß, liegt leider daran, dass sie auf die glorreiche Idee gekommen sind, diese vorhersegbaren Netzwerk-Gerätenamen zu verwenden, die sind total scheiße, denn die enthalten jetzt die MAC-Adresse, also ihr könnt jetzt nicht mehr die SD-Karte von dem einen Gerät nehmen, ins nächste stecken, weil ihr habt überall eine andere MAC-Adresse, vorher war es halt ETH0, fürs erste ETH1 und so, hat wunderbar funktioniert, war austauschbar, jetzt nicht mehr durchs Updaten, Hinweis oder eine große, fette Warnung wäre nett gewesen, aber man kann es auch wieder zurückstellen, nämlich mit RASP-Config, da habt ihr diese Oberfläche und dann könnt ihr hier unter, ich glaube, hier habe ich es gerade gefunden, Advanced Options und Network Interface Names und dann hier diese Predictable Network Interfaces Nein, alles schön lassen, wie es vorher war, deaktivieren, Finish und dann habt ihr wieder hier if-config und dann habt ihr wieder wunderbar vorhersehbare Netzwerknamen, wie hier ETH0 und ETH1 für diese USB-Netzwerkkarte, die ich auch noch drin habe, sonst müsst ihr euch mit den MAC-Adressen rumärgern, aus denen irgendwie denn hier so ein Gerätename zusammengebastelt wird, der wirklich bloß für euer Gerät passt, also klonen auf ein anderes geht dann nicht mehr, vielen Dank, also aktualisieren bei dem Debian 10 auf 11 bei Raspberry Pi hatte doch noch ein paar mehr Fallstricke, die ich so nicht gedacht habe, ja, so, aber wenn wir jetzt dieses Ganze so durchgegangen sind und das alles so gemacht haben, dann klappt es hinterher auch, damit wäre ich jetzt ziemlich am Ende und ja, damit habe ich noch einen weiteren Problemfall aufgedeckt, den ich gar nicht hier drin hatte in meiner Vorbereitung und damit wäre ich denn jetzt auch am Ende, ja, das Ding läuft jetzt wieder, macht es nach, macht es nicht nach, vielleicht Raspberry Pi doch komplett neu installieren, vielleicht ist das eine sinnvolle Alternative, es sei denn, ihr habt da wirklich sehr viel rumkonfiguriert und wollt diese Konfiguration nicht verlieren, ja, bis dann, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und abonnieren, Glocke drücken und tschüss. bis zum Untertitelung des ZDF, 2020